Das Klöppeln hat im Museum für Bergmännische Volkskunst in Schneeberg die aktuelle Sonderausstellung im Frühjahr zum Inhalt. Zehn Jahre ist es her, dass im Schneeberger Kulturzentrum Goldne Sonne die Sommerakademie Klöppeln aus der Taufe gehoben worden ist. Alljährlich im Juli finden im Workshop vier Kurse zu unterschiedlichen Themen und Spitzentechniken statt. So sind seit 2008 zahlreiche Spitzen entstanden, die für die Beherrschung klassischer Spitzentechniken stehen, aber auch von der Kreativität der Dozentinnen und der Teilnehmerinnen zeugen. Vor allem das freie Gestalten nimmt einen breiten Raum ein. Dazu zählen die Kurse, die sich der freien Gestaltung mit Naturmaterialien oder den Farben widmeten. Im Mittelpunkt anderer Kurse standen das Variieren mit geometrischen Formen, die Naturelemente Wasser oder Feuer und Flamme, die der Spitze einen besonderen Reiz verliehen. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, so auch im Kurs aus dem Papier heraus mehr abstrakt. Zahlreiche Ergebnisse der vergangenen neun Jahre sind bis 19. Juli im Original oder als Foto in der Sonderausstellung zu sehen. Die regulären Öffnungszeiten des Museums für Bergmännische Volkskunst in Schneeberg sind Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr.